Seid ihr bereit, mich wieder scheitern zu sehen? Willkommen zurück zu Command & Conquer. Ja, wird nix, ne? Aber wir schauen mal. Achso, warte. So, ab geht's. Ich weiß natürlich, von der Theorie, wusst ihr schon, ey, Panzer nach vorne stellen und alles. Ich krieg's halt von der Steuerung, ist das total hart. So, warte mal, ich packe euch hier ein... Soll ich alle einfach mal da hinpacken? Vielleicht reicht das auch. So, und die will ich dann dahinter packen. Hier ist die Brücke. Gott, das ist... Das ist halt auch immer so langsam. Wie gesagt, immer noch Mission 14. Okay, cool. Mann. So, warte mal, ihr stellt euch mal hier ein... Ja, doch, bleibt jemand dastehen? Warum ist das Leben so hart? Habt ihr jetzt schon wieder alles versaut eigentlich? Ja, noch ist keiner zu sehen. Müsst ihr auch wahrscheinlich mit einzelnen Panzern ankommen. Wart mal, wenn ich euch hier positioniere, dahinter die Infanterie stecke... Ah, schnell! Sollte das eigentlich klar gehen? Jo, cool. So weit, so weit alles cool. Warum kann ich denn nicht wenigstens mal die Einheiten durchwechseln? Aha, aha, okay, bleibt mal stehen. Bleibt, wie ihr seid. Vielleicht passt das so. Können die Rauben nicht ankommen? Das sind Drohne. Ach, die wollen zu meinen Fußsoldaten und das checkt der Computer nicht. Ja, die haben nur einmal Feuer eingesetzt. Läuft besser als sonst bisher. Ich habe immer einen Schatten. Also, nicht nur vom Kopf her, sondern auch auf den Kopf. Durch. Nun ja. Nein, 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 nein. Mal sehen, ob die reinfahren. Geil Ist ja voll entspannt Ich glaube so gut waren wir noch nie Haben wir einen Engineer dabei? Nee, ne Kommt jetzt noch eine? Ich glaube irgendwie nicht Er ist blödes Oder sind die Drohnen eigentlich? Kommt noch einer? Nee Anscheinend nicht Aha Ja jetzt ist halt wieder die Infanterie vorne Oh Gott Hey wenn ich hier durch bin Mache ich erstmal Urlaub Nachdem kommt ja erstmal die Not Verwechselt jetzt mal Not oder NDI Not Not Kommt erst mal Kommt noch die Not CD Was ja auch nochmal 15 Level sind Mal sehen ob ich in unter einem Jahr durch bin mit dem Let's Play So warten wir jetzt eigentlich dahin Nicht dass jetzt eine Drohne von hinten ankommt Ja aber ich meine ganz ehrlich wie soll ich denn das hier Ah jetzt habe ich schon wieder X gedrückt aber er hat sie nicht abgewählt Also nicht gezogen Okay Kann echt sein dass wir jetzt ein Großteil der Gegner schon platt gemacht haben Okay cool Ah Ist halt die Frage wie ich das am besten mache So hier Hier waren auch Drohnen das letzte Mal Aha Weiß ich ob das gerade Glück war Oder kommen jetzt von hinten welche Ich kriege die doch so niemals ordentlich gesteuert Das ist doch Wie viele Jahre soll ich noch einplanen Gut ich meine wenn du mit einmal durch bist Könntest du natürlich hier jetzt erstmal reinpacken Und hoffen dass ich den auswählen könnte Unrealistisch Ich weiß Vor allem ist das so ein bisschen wie Hütchenspiel da ne Welcher der beiden ABCs ist es Acknowledge Yes sir Acknowledge toll einfach toll okay perfekt würde sagen heute mal ein kurzer part ich habe die mission geschafft kann man das glauben irgendwie nicht ne geil was war wirklich danke auch noch mal dann die maniac weil wirklich die dinge also tanks vorne hinstellen und hinten dann die infanterie das ganze hat es erledigt hat aber auch glück gerade glaube ich dass die alle auf mich zu gekommen sind und ich da schön eingekesselt stand und die infanterie dahinter das war glaube ich ziemlich gut 15 15 kommt dann ich vermute wir müssen alles bauen auf jeden fall erfahrt das in drei tagen euch einen wunder wunderschönen tag abend und bis in drei tagen zum nächsten part bis dahin